Hallo YouTube Welt, herzlich willkommen zu MoiSelf Zockt, heute Ziv5 im prähistorischen Modus und das mit dem schottischen Empire und darum spielen wir auch gerade die, die wir das letzte Mal aufgehört haben. Und das ist bei der Finanzproblematik, die haben wir immer noch nicht im Griff, wir können dafür irgendetwas mit Glauben kaufen, weiss ich zwar gerade nicht ob ich das will, mal eigentlich wieso nicht, ich glaube AeroGlow hat nämlich noch keine Pakode, darum machen wir das noch bevor wir in die nächste Runde gehen und schauen wie es denn da weitergeht. Und in drei Runden haben wir die Bronzenverarbeitung und sehen endlich Kupfer und Eisen und dann hoffe ich mal, dass mir die Geografie gut gelegen ist und, uh, ah, voll nicht mitbekommen, ich habe das Mausoleo gebaut, wow, wo habe ich denn das gebaut? Ähm, ich glaube, wer das wollte jetzt zuerst schauen, wo habe ich das gebaut? Da tatsächlich in Wetting Wall, super, okay, also was machst mir du? So, am liebsten hätte ich jetzt hier eine Verbindung, ähm, gehen wir mal hier hoch, du könntest dich, warte, jetzt gibt es hier Blitzkrieg, zusätzlicher Angriff pro Runde, das ist genial, das machen wir, das ist auch mein Ziel gewesen und jetzt machen wir die fertig. So, schön, und dann kannst du wieder hoch, du kannst jetzt in die Stadt, und da verbarrikadierst du dich mit dem Siedler, gehen wir dort runter, mit dir aber zuerst noch voraus, ähm, den Bogenschützer schiesst dann hier runter, und, und, nein, er macht den nicht fertig, da glaube ich ja nicht, ach, Pech, 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 wo können wir etwas bauen, ah, ja, genau, da, etwas, was Geld bringt, hm, das kostet, das kostet, das kostet, Pyramiden, nein, etwas, was Geld bringt, den Fadenkrieger, nächste Runde, ja, jetzt mache ich schon aber fertig, da, kein Erbarmen, ähm, du könntest da mal den Stein, die, gehen abbauen, und du kommst da rein, du kommst da runter, du kommst da runter, du kommst da runter, und wir produzieren da die Pyramiden, äh, zwei Bautrupps erscheinen, uh, die kann ich mir nicht leisten, dann mach mal zur Abwechslung, äh, Bogenschützen, nächste Runde, ähm, du machst da das Lager, das ist gut, da haben wir so einen Aussenposten, kann man den eigentlich mit dem Bautrupp auch bearbeiten, aber nachher, weiss es nicht, auf jeden Fall, haben wir nichts, nichts, aber auch gar nichts, schlecht, 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 die lösen wir gerade auf, äh, du kommst da runter, du kommst da runter, und da produzieren wir, ich würde gerne ein Monument produzieren, aber ich habe einfach zu wenig Geld, ich brauche Geld, und dann wählen wir, in der Forschung, sind wir ja schon ziemlich weit, ähm, wahrscheinlich die Währung, dass ich mal die Märkte bauen kann, Explorer, Zirkus Maximus, mit der Zufriedenheit habe ich kein Problem, äh, nein, wir gehen auf die Währung, bevor wir die Philosophie machen, gehen wir auf die Währung, ja, den Leuchtturm brauche ich ja noch nicht, da könnte ich zwar wassern, gell, äh, komm, tun wir das zuerst, tun wir zuerst wassern, und dann dann erst schauen, wie es weitergeht, äh, äh, ah, der Selfismus verbreitet sich schön, super, Obein ist auch, wunderbar, ich gehe mal hier drüber schauen, äh, die haben wir gemacht, zum Auflösen, du kommst da runter, die haben wir gemacht, zum Auflösen, und produzieren auch gerade als nächstes, ja, klar, finde ich auch cool, oh, wir könnten mal einen Spierwerfer machen, äh, Spierkämpfer, mal schauen, wie viel Verstutze es da denn gibt, in Wetting Wall wäre ich eben froh um ein Monument, das wagen wir jetzt mal, ja, geht es noch zwei Runden, kann man das noch ein bisschen beschleunigen, äh, denke ich nicht, da geht es drei Runden, dann lassen wir das so, das ist okay, die, die lassen wir auch noch, und das muss auch so gleich wie möglich noch umgetauft werden, weil diesen Namen, den kann ich bis heute noch nicht aussprechen, gut, also Krieger, ich brauche dich, so wie es aussieht, da unten, ich möchte die Stadt da, eins, zwei, drei, da, hätte eins, zwei, drei, ich habe zwar Marmor, dafür das da nicht mehr, eins, zwei, drei, und das da nicht, eins, zwei, drei, dafür das, aber die Wische nicht, ja, nehme mir, passt dieser Platz da unten besser, da könnte es mich zwar von zwei Seiten angreifen, da zwar auch, aber, nein, dieser Platz gefällt mir besser, ich nehme den, du gehst mal da, kriegen, schauen, was läuft, dann haben wir da, kannst du da nicht schiessen, ah, nee, da geht ich eben nicht, äh, essen geht nicht, du kannst nicht, gut, lassen wir so, nächste Runde, das da ist Zucker, habe ich das da, da habe ich eine Plantage, das ist gut, okay, weißt du was, du gehst mir zuerst eins vorne, und schiessst dann, aber du schiessst zuerst, dich lösen wir auf, du schiessst, gut, dich lösen wir auf, 14 Gold, schön, du kannst wieder ein Retour, und mit dir bauen wir eine Stadt, und jetzt muss ich gleich schnell überlegen, ähm, ja, wollen wir wirklich schon die Stadt gründen, und schon wieder gibt es mir Glass Go an, ich will aber da nicht Glass Go haben, sondern da machen wir, gibt es, es gibt ja, ge natürlich, ti, ist, Gibbons, das klingt eigentlich schon, Gibbons, Valley, Valley, Gibbons, Isle, Gibbons Isle, ist zwar keine Insel, aber macht nichts, Gibbons Isle, und wir produzieren hier gerade einmal Rockpaintings, das finde ich super. Was ich das habe, damit ich zuerst das Monument kann, wenn ich das richtig sehe, sieht so aus, also da heisst ich, ich muss zuerst all die prähistorischen Sachen bauen, bevor ich schöne, gute Sachen bauen kann, ah wunderbar, komm wir machen gerade noch einmal so einen Speerkämpfer, die geben ein bisschen Stutz, da wäre ich jetzt auch mal froh um das Monument, aber ich mache zuerst noch den Krieger, und in Obein haben wir endlich Endlich, 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 endlich Das Gerichtsgebäude gebaut, und wir machen hier jetzt einen Midden, aber wir machen hier jetzt mal schnell auf Normal, aha Wir machen hier jetzt noch zwei Runden, und erst nachher, Stateli ist gewachsen, schön, die ist fast schon so gross wie Swimmingbra, und Araglow, Araglow wächst wie ein wilder Haufen da, also die sind da richtig, richtig Das ist ja gut, du hast ihn ja, du gehst jetzt hier mal in die Stadt und bleibst hier auf ein zeitchen Jetzt haben wir die Optik in einer Runde, die Grossleuchtung ist, glaube ich, hier schon gebaut worden. Mit Singapur sind wir verbunden, 24 Runden. Das ist gut. Komm, dann nehmen wir gleich weg. Was willst du? Du hast das jetzt gemacht. Construct Outpost. Ich dachte, du hättest jetzt hier ein Jagdlager gemacht. Das ist doch okay. Die Karawane lösen wir auf. Es gibt 18 Gold. Du bleibst hier. Dich lösen wir auf. Es gibt 14 Gold oder so. Gut. Dann machen wir nämlich hier noch einmal eine... Jetzt kann ich einen Spär machen. Jawohl, das mache ich. Und in Abenen machen wir das Monument. Nein. Wir machen einen Krieger. Und hier machen wir einen Frachter. Gut. Forschung wählen. Äh... Jetzt wäre ich für die Philosophie... Nein, für die Währung haben wir gesagt. Gut. Ähm... Minus 12. Wieso mache ich so viele Minus? Ich habe doch... Ah, ich muss hier die Städte einfach so schnell wie möglich miteinander verbinden. Dann kommt das schon gut. Okay. Du könntest... Hier eine Mine bauen. Machst man aber nicht. Bauen wir doch hier den Zucker ab. Finde ich ist gerade ein bisschen wichtiger Dich. Lösen wir auf. Dich würde ich auch gerne umflösen. Aber du baust mir hier zuerst noch diese Dinger ab. Und ich kann mir... Bei bestem Willen... Den Spär nicht leisten. Ehh... Sech... Sech... Aber ich vermute nochmal... Dass ich hier rüberkomme. Vier... Da sind wir... Drei... Ja, komm gleich mal hierher. Ich will wissen, was dort läuft. So. Gut. Dann machst du... Ein... Krieger. Machst... Ein... Krieger. Und... Machst die nächste Runde. Oh! Jetzt habe ich hier vergessen. Ich könnte ja schon wieder... Etwas in Aubain bauen. Nämlich eine Pagode. Das hier ist doch ein Naturwunder, oder? Berg Kalisha. Genau. Wird nicht bewirtschaftet. Weil... Aha! Genau. Darum... Wird immer noch nicht bewirtschaftet. So wird es bewirtschaftet. Aber... Egal. Und... Wir... Nehmen... Das weg. Und... Tun wir es hierher. Er reicht nicht. Tun wir es auch hierher. Er reicht auch nicht. Ja, dann lassen wir es doch so wie es ist. Okay. Ähm... Du bist hier... Du könntest eigentlich einfach so da rüber... Du baust das mal ab. Jawohl. Dann läuft das alles wie geschmiert. Ja, also es ist... Ich muss sagen... Auch schon besser gewesen. Oder ich bin auch schon besser gewesen. In einer Ziv. Grundsätzlich läuft es aber gar nicht so schlecht. Was mich ein bisschen nervt ist das finanzielle Problem. Aber in neun Runden können wir dem ein bisschen entgegenwirken. Mit den Märten, die wir werden erstellen. Und sobald ich da eine Strasse habe, die wird zwar keine Tür sein. Eins... Zwei... Drei... Vier... Fünf... Sechs... Boah! Boah! Keine Tür ist sogar untertreiben. Ähm... Na komm. Du kannst es von selber bekommen. Dich lösen wir auf. Dich lösen wir auf. Du kannst hier mal schwimmen. Dann brauche ich hier noch einmal einen Krieger. Hier brauche ich auch noch einmal einen Krieger. Was ist gewachsen? Ob ich einen... Gib, einen Set angenommen. Das ist super, weisst du was? Dann kaufe ich hier die Pagode. Ja wohl. Und... Obain... Den wir jetzt mal auf Goldfokus machen. Wetting Wall nicht. Gib an Island nicht. Swimbra könnte theoretisch auch. Wird aber nicht viel bringen. Genau. Ähm... Errorglow... Wird auch nicht viel bringen. Okay... Nächste Runde. Wo ich... Pleite gehe. Ja... Oder fast... Pleite gehe. Ist ja nichts Neues. Irgendwie müssen wir ja unser... Ähm... Geizige... Gehabe... Herr haben. Und das ist... Von der ganzen Kriegerbastelerei und... Äh... Zeig mal... Kann ich mit dir... Offene Grenzen verkotten? Nein. Aber... Oh... Du machst minus 69 Gold in der Runde. Das ist ja noch schlechter als ich. Hö! Ähm... Das heisst du kannst mir gar nichts geben. Also... Verschwinde. Gut. Ähm... Machst du mir... Ähm... Krieger? Weisst du was? Aber dann komme ich hier gar nicht weiter. Vielleicht hier oben durch. Schauen wir mal noch. Aber ich denke das wird nicht wirklich gehen. Bin ich nicht. Also ich bin schon interessiert an einem Trade. Aber nicht zu diesen Konditionen. Ähm... Ah... Ah... Auflösen. 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 Vielleicht schaffe ich es ja hier oben durch. Ähm... Krieger... Die nächste Runde. Ich würde gerne etwas anderes bauen. Aber... Hm... Wie gesagt. Wie gesagt. So einfach ist das nicht. Ähm... Kannst du hier schiessen? Das kannst du. Wie gesagt. Wie gesagt. so... Okay. Doch doch. Das... Ja das kommt dann schon noch gut. Mit 5 Runden haben wir etwas, das wir brauchen können. Und das werde ich auch. Die Karawane. Singapur hat schon 3. Wow! Also komm, mach das. Den lösen wir auf. Aha, gut. Wenigstens habe ich wieder irgendetwas entdeckt und Geld dafür bekommen. Das ist schon mal gut. Ich würde gerne das Monument bauen. Aber einfach zu wenigstens für das ganze Zeug. Wenn du willst, ist es eine Strasse. Gut. Jerusalem. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Das ist einfach viel Geld. Das ist einfach viel Geld. Oh! Da kommt er gleich mit 2 Kriegern. Wenn wir da lieber durch und lösen den Krieger da auf. Du landest da mal. Und... Ja. Gib ins... Gib ins Eil. Da... Da kann ich jetzt auch nochmal eine Pagode... Ah, die habe ich schon. Okay. Wo kann ich denn noch eine Pagode machen? Niemand mehr, hä? Da haben wir überall eine, oder? Wo sieht man das? Da auf der Pagode. Pagode. Da haben wir sicher auch eine Pagode. Hä? Da sehe ich sie nicht. Bin ich denn blind? Ah doch, da. Pagode. Pagode. Und da habe ich es doch auch gemacht. Gerade vorher habe ich doch nachgeschaut. Hä? Nein. Gut. Komm zurück. Produktion wählen. Ähm. Das brauche ich. Da gibt es wenigstens 1 Gold mehr. Dann haben wir nur noch Minus 8. Hahaha. Jaja. Irgendwann komme ich dann das mit dem Geldabangriff über... Und dann sieht die ganze Geschichte wieder anders aus. Gut. Jetzt. Angreifen. 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 Und plus 8 Kulturernte. Dann. Auflösen. Du. Kannst doch sicher auf London. Ja, das ist doch gut. Ah. Er kommt 2 Wissenschaften über und ich komme nichts über. Dann gehe ich aber lieber auf Samarkand. Dann komme ich 6 Gold rüber und mache noch ein wenig religiösen Druck. Gefällt besser. Ja, ich weiss. Du bist gerade ein wenig... Angenervt. Weil ich... Ähm. Ja. Halt eben so Zeugshand dort. Was ist das? Die würde ich eben gerne haben. Aber ich mache jetzt hier mal noch einen Speerkämpfer. dass ich mal mein Geld ein wenig hochsetze. Da machen wir... Ja, einen Bautrupp hätte ich gerne. Das bringt mir aber eben nichts. Und... Kornspeicher... Bringt mir auch nicht. Sovielmal bringt mir eigentlich schon recht viel. Weizen, Bananenwille... Nein, bringt mir gar nichts. Okay. Also... Wollen wir einen Trier machen? Nein, ich habe kein Geld. Dann machen wir einen Krieger. Welche Stadt ist gewachsen? Die unaussprechliche. Gut. Mit 27 zufriedenheit bin ich glaube ich mehr als gut beleid. Ja, würde ich sagen. Gut. Ähm... Nein, du bleibst hier drin. Du... Bleibst auch dort. Dich lösen wir auf. Ähm... Dort kann ich nicht hin. Warum nicht? Warum kann ich hier nicht hin? Berg. Sieht aber nicht gleich wie ein Berg aus hier. Okay. Ja... Bleibst mal eine Runde dort. Einfach so, dass sich die anderen auch ein bisschen... So. In Obein machen wir jetzt das Monument. Ähm... Wo kann ich da? Kann ich dich noch angreifen? Und was ist das? Ja, ja. Insomarkand eingedrungen. Ist egal. Sehr gut. Jetzt kann ich dann da gerade zwei Märzstände bauen. Die werden sich auch rentieren. Nein, eigentlich überhaupt nicht wieder. Ah, da müsste ich mal mit einem Bautrupp hin. Schiess. Vernicht. Okay. Also. Wollen wir jetzt die Strasse bauen? Ja. Aber weisst du was? Ich baue dort einfach mal die Strasse. Das ist der Krieger, den ich auflösen kann. Das ist der Spierkämpfer, den ich auflösen kann. Jetzt haben wir wenigstens mal ein B. Ein kleines Polster. Und sind auf Null. Das heisst wir können hier den Markt bauen. Das heisst wir können hier den Markt bauen. Und wir wählen eine Forschung aus. Jetzt wäre ja eigentlich für die Philosophie. Dann führen wir eine Politik ein. Und einen Arbeiter. Ja, der ist eigentlich gut. Den kann ich brauchen. Obwohl er mich wieder Stütz kostet. Aber. Du kannst mir jetzt das hier mal abbauen. Und mit Minus 3. Da kann ich also leben. Weil vorhin habe ich ja irgendwie Minus 15 gehabt. Und so. Da ist doch Besserung in Sicht. Wunderbar. Plus 28. Das heisst irgendwann wieder irgendetwas fertig gemacht. Das gefällt. Jawohl. Du baust mir jetzt hier mal die Minen ab. Dich lösen wir auf. Du kommst sicher hier rüber. Wunderbar. Flint. Aha. Das ist der Feuerstein, den er dort hat. Okay. Ähm. Du baust mir mal einen Krieger. Und dann gehen wir in die nächste Runde. Die. Macht eigentlich. Die Elisabeth immer noch so viele Minus. Wobei sie hat. Aber recht viele Punkte. So. Gerade hinter mir. Ähm. Wo sehe ich hier die Diplomatie? Hier. Elisabeth. Oh nein. Warte. Auf Wiedersehen. Ich will das hier. Übersicht. Gewalt 0. Minus 57. Hahaha. Hahaha. Ähm. Kommst du bis dort hin? Nein. Gut. Dann lassen wir es. Da komme ich bis hier rauf. Produktion wählen. Ähm. Bibliothek. Nein. Den Firepit brauche ich wahrscheinlich zuerst. Ja. Ja. Mach zuerst den. Ja. Das ist egal. Das ist egal. Das ist egal. Das ist egal. Das ist nicht egal. Das ist nicht egal. Ja. Auf dir habe ich eigentlich keine Angst. Okay. Fünf. Drei. Zwei. Okay. Da sind wir auch am Bauen. Ja. 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 Da geht etwas. Da geht etwas. Da geht etwas. Da. Da scheisse mich ein bisschen an. Dass ich da schon wieder nicht weiterkomme. Wenn ich da ins Wasser gehe. Bin ich gespannt. Verglänzendes. Oh. Schau. Alle sind pleite. Es geht also nicht nur mehr so. Ich habe aber in dem Fall einfach die beste Strategie zu dem entgegenwirken. Was. Kannst du nicht so weit schiessen. Ich schieße halt auf den. Und auf den. Und auf den. Und auf den. Gut. Dann kannst du wieder zurückgehen. Du hast die Strasse gebaut. Gehe ich mal davon auf. Dann kannst du hier aus. Dann kannst du hier noch eine Strasse bauen. Du gehst einmal hier vorne. Ja. Da komme ich nicht weiter. Da komme ich niemand weiter. Der. Ausser. Ich wogs. Da auf dem Seeweg. Mal schauen. Was uns das bringt. Bei ihm macht man. Einen. Krieger. Und wir gehen in die nächste Runde. Und jetzt könnte ich hier langsam anfangen. Sobald die Bibliothek in Delhi gemacht ist. Und ihn. Ja. Eben. Dann können wir das Gerichtsgebäude erstellen. Ja. Du hältst. Dich lösen wir auf. Du kannst mir mal hier etwas erkunden. Und wir produzieren in Wettingwall einen Markt. Das geht nämlich lange. Aber da haben wir ja jetzt gleich gleich einen. Das kommt schon gut. Das kommt sogar sehr gut. Das kommt sogar sehr gut. Davon. Gut. Macht nichts. Wir bauen. Wieder einmal. Einen. Speerkämpfer. Weil wir sind so schön auf 0. Das lohnt sich momentan gerade gut. Jetzt sind wir schon wieder bei minus 1. Warum auch immer. Ähm. Dich wollen wir nicht da. Aha. Du könntest jetzt noch mal. Aber heil doch zuerst mal. Du hast. Aha. Klar. Weil du die Strasse gebaut hast. Sind wir bei minus 1. Logisch. So. Jetzt zeig mal den Berg. den ich hier nicht bestiegen kann. Das sieht mir einfach alles andere als ein Berg aus da. Ja. Vielleicht. Vielleicht seht ihr die Speer hier. Dass es hier einen Berg hat. Ich sehe ihn auf jeden Fall nicht. Das macht aber auch nichts. Ich muss ihn auch nicht sehen. So. Jetzt. Da. Schau jetzt. Ein Naturwunder. Der Felsenfuggeberaltar. Kann ich da noch weiter. Das ist noch cool. Okay. Also. Swimmingbra. Was baust du mir jetzt? Ich wäre ja mal für die Kaserne. Der Zirkus kommt noch nicht dran. Nein. Bauen wir doch zuerst nochmal einen Speerkämpfer. Das ist gut gelaufen. Du kannst jetzt endlich mal ein Monument bauen. Und in Obain bauen wir auch einen Maert. Komm ich mache zuerst nochmal einen Krieger. Jawohl. Weil es hat mir nicht so viel gebracht wie ich gedacht habe. Ja. Ja. Bevor du kommst. Gehe ich hier rüber und heile hier noch fertig. Und. Gut. Super. Hier können wir einen Midden machen. Und. Ja. Ich bräuchte schon Bautrupps. Das ist ja so. Kann man sie langsam aber sicher auch leisten. Wir müssen ja dann wieder ein Midden machen lassen. Er verteilt noch einen Krieger. Ah. Und ein Goldix-Zeitalter. Benne, Benne. Benne, Benne. Ja. Von dem hat es nichts auf meinem Kontinent. Also. Ich habe weder Eisen noch Kupfer. Biri. Flint. Da hat es ein Lager. ja, schön ok, ähm jetzt muss ich mal schnell schauen ich hoffe, dass es da mal mit der Aufnahme einigermassen gut geklappt hat jawohl das hat es, so wie das aussieht und ich würde sagen, komm, wir sind auch gerade gut in der Zeit also, danke bist du dabei gewesen in dem Sinn freue ich mich aufs nächste Mal weil ich bin mich selber und du bist oztupisch